Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Assassin's Creed 4 Black Flag Deutsche Sprache, Schwere Sprache Und wir schauen uns erstmal um Was haben wir denn da? Noch so ein Code Noch eine Notiz Na, sammelt sich die Notizen Die Hälfte Das ist doch schon mal was Können wir jetzt hier hacken? Ja, wir können Zielzahl 315 Gucken, da muss es hin Gucken wir mal da mit Ah, es wird immer multipliziert 315 Es ist doch 3 teilbar Ah, da war es doch Was werden wir jetzt sehen? Wuhu, wir sehen die Lobby Gähn Das wollte ich nicht sehen Das ist langweilig Noch irgendwo was zu merken Hier unten Oben weiß ich, dass wir noch Jetzt mehr Zugang haben Gucken wir hier unten auch irgendwo was Okay, Toilette Hm, Toilette Also wenn hier keine Haftnotiz ist Hm, okay Aber ich kriege noch eine Toilette Hm, ich hab halt damit gerechnet, dass die Dinge Dass das nicht aufgeht Die Tür Ich war ja nur Ich hätte es denen zugetraut, dass die auch wirklich irgendwie so genetischen Scanner da haben Dass auch wirklich nur Frauen aufs Frauenklo gehen können und so Hm Der ist nass Gucken Drei Drei Hier läuft wahrscheinlich auch nicht raus, oder? Nope Er sorgt ja nicht bei nem Problem Braucht mehr Sicherheitsfreigabe Stufe Klar Moment mal, wie konnte ich das übersehen? Ach, ne Haftnotiz Hast du diese Tür mal am Eingang bemerkt? Es ist drei, ja Dann gehen wir mal hoch Hm Oben weiß ich nämlich, dass mindestens eine Tür da ist Mit zwei Hm Da ist zum Beispiel eine Tür mit zwei Was gibt es denn hier Schönes? Einmal hacken Nee, das bringt mich nicht weiter Ah, jetzt bin ich richtig Ha Trial and Error Subjekt 17 Phase 1 Bericht Okay, da hat er noch gelebt Hm Wir wollten den wirklich Unbedingt haben Desvenant Paket Das ist rot Nur hoffentlich kriege ich dafür keine Ärger Hm Noch mehr Ecken Ich glaube, dafür gibt es nicht schief, wenn du oder sowas Okay, was ist das denn? Oh Das ging jetzt schnell Das war erstaunlich einfach Große Köpfe der Geschichte Uh, was ganz Neues Er hätte mir niemals die Möglichkeit geben dürfen zu hacken Wow Ich habe gerade einen Lauf Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair Ibn Lahat angesehen und hofften eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt Altaïr, nein, das ist nicht unser Weg Ein Mannes Körper ist verhindert Haben wir alles schon gesehen Die Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt Alter! Lasst Altair in Ruhe! Ernsthaft, ey! Ziehen die einfach Altair in den Dreck! Schwierig zeigen, ey, hier Altair in den Dreck zu ziehen! Ernsthaft! Ich muss erstmal einen Punkt suchen Ah, da habe ich noch einen Nehmen wir doch den Nehmen wir doch diesen Punkt Ist das hier so eine Art Werbung? Für das, was jeder macht? Das war es, glaube ich, schon hier drin Wir gucken, vielleicht ist hier irgendwo noch so eine Tür mit zwei Hier war ich schon drin Hier sind Moment mal, kann ich das Ding hier hacken? Ich kann das Ding hacken und ich habe es nicht gehackt, oder was? Oh, das ist Die Hack-Methode Interessant Ich bin jetzt Ich bin jetzt An oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been tested. How is he? Our three, doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Jonah Bach's executioners. Surprise. Eileen, yesterday, Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No, no, no. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Interessant. Surrogate initiative, test session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Buck, DNA sample SV1970. You must take the artifact and bring it to the assassins. In Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, the knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. It's a spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Seven, seven! Seven! Nine, 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 nine... Martin! Du bist mein Vater! Ein bisschen verstörend, diese Audio-Datei. Nur noch ein bisschen. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Wittig, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Dammit! Eileen, we just talked about my mother. Just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Wittig has been a pain in my ass for years. And I don't need him getting all the glory for my two years of hard work. Alright, uh, so how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I... I don't know. Just go through me if he contacts you again. Please? Alright. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been... exhausted. That's all. It's alright, hon. Just... just take care of yourself. Vittig! Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Hm. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing. And it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you alright? Sorry. Yeah. I'm fine. Just a little... scattered. Vittig called my ex-husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be fast using Vittig's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right. Of course. I'm sorry. Let's just... let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes. Just a few more adjustments and you're in. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. Alright. Settle in. There's an interesting audio file. And that's just a long file. Oh, don't give up. Oh, I'll get out of here! Okay. Okay, well... It's been a few weeks after this last shoot. It's very sad. Of course. You can get out of here. One step down in our playlist. ist. Jedenfalls, ähm, ich sprach von Clay, ähm, Cosmeric, so wirkt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier, einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und darauf, mich über mein Single-Dasein zu beschweren und nicht zu wissen, was ich mit mir anstellen soll. Aber als ich Clay sah, der einfach so da saß, kam es zurück. Weißt du, Stück für Stück. Und als er mir von Lucy erzählte, hab ich... Ach, fuck. Du weißt schon, es tat weh. Du weißt, daran zu denken, dass ich sie getötet hatte, ohne irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Zumindest nicht in dem Moment. Tja, dann kam so viel zusammen. Die Erinnerungen von Ezio und Altair und die erste Zivilisation und dann, kurz bevor er verschwand, gab mir Clay seine Erinnerung. Mir. Er zeigte mir alles, was er gesehen und durchlebt hatte. Und es war... Es war kurz, aber überwältigend. Ich bin nicht sicher, wie ich es erklären kann. Er konnte einen kurzen Blick auf Adam und Eva werfen und ihre Flucht aus der Sklaverei. Er sah den Anfang und das Ende des Krieges zwischen den Menschen und der ersten Zivilisation. Er sah Minerva und Juno und Tinia, wie sie versuchten, ihre Rechnungen anzustellen. Zumindest nannten sie es so. Sie hatten Hilfsmittel. Mächtige Maschinen, die die mögliche Zukunft vorhersagen konnten. Nicht, was geschehen wird, sondern, äh, was geschehen könnte. Möglichkeiten. Und, äh, sie investierten viel Energie, um herauszufinden, wie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario aussieht für sie und uns. Und ich schätze, am Ende war ich ihr wahrscheinlichster Kandidat. Ein Typ namens Desmond, der am Ende des 20. Jahrhunderts unserer Zeit lebt. Aber welcher Desmond war der richtige? Denn weißt du, mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Sie verzweigen sich in so viele Äste. Welchen Ast von mir brauchten sie? War es der Desmond, der früh heiratete und einen Sohn bekam? Oder der Single Desmond in New York? Oder der Desmond, der nach San Francisco zog und Kellner wurde? Vielleicht der Desmond, der in einer Autolackiererei in Chicago arbeitete? Oder, oder? Vielleicht war es das Ich, das nie von zu Hause weggelaufen ist. Die erste Zivilisation hatte viele Varianten zur Auswahl, aber am Ende fiel die Wahl auf mich. Ich bin der Desmond, dem ihre besten Berechnungen ausgespuckt haben. Ich bin der Desmond, dem sie ihre Nachrichten hinterließen. Und ich schätze, mit dieser Ehre muss ich voll leben. Zu eurer Ehre. Ich bin müde. Ich melde mich später wieder. Ciao. Hm, interessant. Na ja, dann sag ich mal, weiter geht's beim nächsten Mal mit mehr Hacken. Bis dahin. See ya, Leute.